Ich bin jetzt hier bei LGB auf dem Stand und dann stellen wir euch hier mal die Neuheiten vor, die hier neu da sind, und zwar hier die Zillertalbahn ist hier ganz neu, die wurde jetzt hier mitgebracht und die sehen wir uns jetzt hier mal kurz an am Stand. Und nicht nur die Dampflok ist neu, nein, die Wagen genauso schön detailgetreu, wie ihr hier seht. Hier oben ein paar schöne Details noch und Sitzbänke haben sie auch integriert hier, wie ihr seht. Zum Preis von 169 und die Dampflok war bei 879. Dann gibt es hier einen Kinderwagen, Kinderwegchen, wie ihr seht. Jetzt im Prinzip das gleiche, wie ihr eben, nur halt mit einer anderen Lackierung drauf. Und dann ein Bierwagen, ein Fasselwagen, auch nicht schlecht detailliert, wie ihr seht. Und dann gibt es hier noch eine Dampflok vorne, W&W, äh, W&Fly. Ah, hinten die Kohle und hier seht ihr hier ein paar schöne Details drin. Und ein Personenwagen. 36,813. Und auch mit schönen Details. Den gibt es hier in einer Doppelachsversion, ich hoffe ich sage es richtig, sogar hier mit Bremse, glaube ich, da hier oben. Doppelachsversion, wie ihr seht, in einer langen Version und dann minimal kürzer, würde ich sagen, den anderen Personenwagen. Wobei es hier im Prinzip bloß eine kurze Variante ist. Und weiterhin gibt es jetzt hier noch Antreibung. Und zwar ein bisschen viel mehr in Doppelachsversion, wie ihr seht, aber auch in der anderen Seite. Und der ist jetzt nicht sehr, sehr stark, freiglich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.